Dass alles gleich sein soll, das möchte ich nicht. Herzlich willkommen zur 31. Folge der Philosophen-Trilogie Abstraktionen, Nominalismus, Sprachkritik. Beim letzten Mal wollte ich eigentlich bei der Nummer 132 weitermachen, aber es ist die Nummer 161 noch gar nicht wirklich besprochen, wie ich dann im Nachgang feststellen musste. Und deshalb werden wir jetzt hier gleich nochmal einsteigen, um diese Eingangsformulierung etwas genauer unter die Lupe zu nehmen, was hier eigentlich gemeint ist. Ich spreche damit auch noch ein anderes Thema an, denn diese Problematik findet sich auch in allem, was mit Dialektik zu tun hat. Dergleichen Ambivalenzen sind auf den ersten Blick scheinen etwas logisch tricky, aber wir werden gleich sehen, wie es sich damit hält. Also das Dreieck, welches weder gleichseitig noch ungleichseitig und doch alles zugleich ist. Also nur Gleichseitigkeit allein macht noch kein Dreieck und auch nicht Ungleichseitigkeit. Aber das Dreieck ist eben zugleich beides, gleichseitig und ungleichseitig in seiner Verallgemeinerung. Also das allgemeine abstrakte Dreieck, das abstrakteste Dreieck, das es gibt, ist weder gleichseitig noch ungleichseitig, aber eben in einer bestimmten Form ist es, in einer weniger abstrakten Form als bestimmteres Dreieck, ist es dann doch gleichseitig. Und wenn man das Ganze als höhere Abstraktionsebene betrachtet, dann ist das Dritte auch eine ganz andere Art von Logik in Kraft, beziehungsweise Ober- und Untersätze, dann ist dieses allgemeinste Dreieck ungleichseitig und gleichzeitig zugleich. Genauso verhält es sich mit der Vernunft, die ist in einem bestimmten Abstraktionsgrad gleichzeitig subjektiv, weder subjektiv im Einzelnen noch objektiv im Einzelnen, sondern eben beides zugleich, wenn man die höchste Form, eine, ja, muss gar nicht die höchste Form sein, aber zumindest eine Abstraktionsstufe darüber, das Ganze betrachtet, dann hat man es mit einer Vernunft zu tun, einer höheren Vernunft sozusagen, die beides beinhaltet, subjektive Vernunft und objektive Vernunft. Wobei dieses Zusammenwürfeln jetzt auch wieder auf einer überholten Logik beruht, da sich ja Objektivitäten jetzt mal von Beispielen aus der Mathematik oder Geometrie in dem Fall ausgenommen, die ja in vollem Umfang konstruierte Angelegenheiten sind und deshalb auch desbezügliche Widersprüche in diesem Fall keine Rolle spielen, ist jetzt hier, wird jetzt hier diese Art der Logik, also in der formalen Logik handelt es sich da um eine sogenannte Kategorienverwechslung, wenn man von einer Ebene auf die andere springt und der Widerspruch entsteht dadurch, dass einmal die eine Bedeutung und das andere Mal die andere Bedeutung in Gebrauch oder angesprochen ist. Es handelt sich also eigentlich um keine Absurdität in dem Sinn, sondern lediglich um einen logischen Fehler und hierbei ist dann auch nicht die Lösung der Probleme, ist ja auch nicht angesprochen. Schießel spricht hier nur die Widersprüchlichkeit der einer formalen Logik an, die in ihrer Formalität auch Widersprüche beinhaltet. Allein schon dadurch ist jetzt gar nicht die verschiedenen Abstraktionsebenen, sondern schon dadurch, dass man in dieser Logik endlos nach irgendwelchen Ursprüngen fragen kann, ohne auf einen grünen Zweig zu kommen, das heißt ohne sich dann wieder im Kreis zu drehen, weil auf die letzte Frage einer Woher-Ursprung-Kausalität gibt es keine Frage außer der, dass man dann eben einen Bretterzaun annehmen muss, mit dem das Universum vernagelt ist oder dergleichen fast schon ins Religiöse gehen, Erklärungen wie dieser Urknall, dass hier besteht keinerlei Denknotwendigkeit, hier ist die Denknotwendigkeit eher eine solche der Gewohnheit, und das rationalistischen Gewohnheit, dass man glaubt, für alles eine Erklärung finden zu können. Das ist das Zeitalter der Vernunft, des Rationalismus zuletzt in der sogenannten Aufklärungszeit im 18. Jahrhundert schwer vorangetrieben, aber leider ein Irrweg in der Verabsolutierung, völlig falsches Bild, Weltbilder ergeben. Und wir verfolgen nochmal Schiesel nochmal weiter, wie man sich mit solchen Phrasen zufriedengeben und für die höchste Weisheit auspreisen kann, ist fast unbegreiflich. Ja, es ist relativ. Diese Unbegreiflichkeit ist immer wieder abhängig von der entsprechenden Erziehung oder Ausbildung einer Urteilskraft. Und damit ist es nicht zum Allerbesten bestellt. Und wen wundert's, wenn dieser logische Zirkus da alle möglichen Anhänger findet oder noch schlimmer jemand überhaupt nicht mehr zugänglich ist für irgendeine Widerspruchsfreiheit oder für das Auffinden von logischen Widersprüchen. Aus Zeiten, wo man mit Gewalt den Olymp der Wahrheit erstürmen wollte, dieser typische Idealismus der rationalen Aufklärung, im Grunde genommen ein Optimismus, der schließlich dazu geführt hat, die Leute in irgendwelchen Träumen zu wiegen. Und diese Gewohnheiten, sich im Traum zu wiegen, wurden dann nahtlos übernommen von der modernen Kommunikationstechnik, sodass sich im Grunde genommen wenig geändert hat am Verhältnis derjenigen, die Bestimmer sind, wie es neuerdings heißt, und die anderen, die Befolger der ganzen Angelegenheit. Die einen, die die Freiheiten haben für alles Mögliche und die anderen, die sich ihre kleinen Freiheiten an jeder Ecke abknapsen müssen. Und diese Art der Abstraktionstätigkeit in ungeahnten Höhen, die dann auch noch als Normalität zu empfinden, als real existierend, was im Grunde genommen eine Illusion ist, und das als krankhafte Überreizung zu bezeichnen, es geht in die Richtung die sogenannte Normalität der Normalverbraucher, der Durchschnittsmenschen in die Nähe von Zwangsvorstellungen oder eben gleich Formen des Wahnsinns zu rücken. Des ganz normalen Wahnsinns möchte man das nennen in Anlehnung einer Fernsehserie aus den 80er Jahren, denke ich mal, des letzten Jahrhunderts. Gut, das soll es aber nun zu Max, dem Schiesel, gewesen sein. Es geht weiter mit der Nummer 162. Und zwar ein Rekurs auf die Denkschule der klassischen Griechen vor christlicher Zeit. Das heißt, die unmittelbar erfahrene Welt der Sinnlichkeit ist das Reich, dass das Heraklit, und zwar das Heraklit von Ephesus mit seinem berühmt-berüchtigten Bonbon-Pantherrei alles fließt. Das reicht das Heraklit, wo ein Kleines in Beziehung auf ein noch kleineres Groß ist, ein Großes in Beziehung auf ein größeres Klein. Hier war alles nur durch Beziehung, das heißt relativ. Und die darauf folgenden Denkschulen, besonders Aristoteles waren da, und auch Platon, der noch schlimmer als Aristoteles die Identität der Begriffe des Seins mit der Realität behauptete, dass eben nur Ideen real sind, war Aristoteles einer der ersten großen Identifizierer, die dann mit diesem Beziehungsquatsch, wie man damals dachte, Schluss gemacht haben. Im Nachhinein betrachtet ein Fehler, eine Fehlentwicklung, die über 2000 Jahre dauerte und immer noch andauert, nachdem sich die Kirche den Aristoteles angeeignet hat und dessen Methoden ist es nur allzu verständlich, wenn in jüngster Zeit der deutsche Papst, Kardinal Ratzinger Benediktus, der wie vielte, weiß ich nicht, mit enormer, enormer Motivation auf das Verderbliche am Relativismus hingewiesen hat, der durch seine Beliebigkeit glänzt, was aber auch einem Vorurteil entspricht, denn diese Art von Relativismus und Beliebigkeit der Standpunkte ist natürlich verurteilenswert. Ein Relativismus, der in dem Sinne betrachtet wird, dass zwar die Standpunkte relativ sind in Bezug auf einen Standpunkt an sich oder einen höchsten Standpunkt oder einen allgemeingültigen Standpunkt, das ist unbestritten, aber es gilt auch, wenn ein Standpunkt einmal eingenommen ist von einem Einzelnen, dann sind auch die Perspektiven festgelegt, so dass die Beliebigkeit, eine Beliebigkeit nicht stattfinden kann, sondern vielmehr eine Folgerichtigkeit ohne, zumindest sollen es keine bewussten Widersprüche sein, stattfinden kann. Jetzt geht es nochmal zurück, kann man nicht sagen, oder doch, zum Dominalismus. Ockham, der noch bekanntere Spruch, eine Vielheit darf nicht gesetzt werden, ohne dass es notwendig ist, sein Spruch zur Denkökonomie, ist eine Absage an Verallgemeinerungen, die gesetzt werden, indem man eine Vielheit unter einem allgemeinen Begriff befasst, ohne dass es notwendig ist. Umso allgemeiner eine Abstraktion ist, umso leerer muss sie sein, umso unspezifischer und auch umso desto wenig aussagekräftig. Und schon geht es weiter. Es könnte sein, die Nummer 164, dass eine Beschreibung unvermerkt allerhand hinzutut, eine unbeabsichtigte Formung oder Beugung, soll das heißen, des Gegebenen enthält und so hinterher, indem sie fälschlich als eine reine Deskription umbesehen, hingenommen wird, uns etwas als gegeben behaupten lässt, was es tatsächlich nicht war. Also die Sache mit den Gegebenheiten aus Prinzipien der Erkenntnislehre von Ernst von Aster. Und er schreibt hier, dass es eine Beschreibung, dass bei einer Beschreibung unvermerkt, also unbewusst allerhand hinzugetan wird, eine unbeabsichtigte Formung und Beugung des Gegebenen, die allein schon dadurch entsteht, dass eben Allgemeinbegriffe verwendet werden, die niemals das Gegebene treffen, weil das Gegebene als formloses viel zu viele Möglichkeiten bietet, seine Aufmerksamkeit und seine Aufmerksamkeit hier und da zu richten, sich einen Fokus zu setzen auf diese oder jene Angelegenheit und allein durch den Gebrauch der Sprache wird fälschlich eine reine Deskription unbesehen genommen, also geglaubt. Geglaubt, dass Wörter eins zu eins auf Sachen übertragbar sind, ist gleich reine Deskription, also der Sprachaberglaube, dieser begriffliche naive Realismus und damit wird eben als gegeben behauptet, was tatsächlich nicht gegeben ist und darüber hinaus möchte ich gegen Aster noch behaupten, dass dieses Gegebene nicht beschreibbar und auch nicht in einem logisch allgemeingültigen Sinn existiert. Die Sache mit so Analysen wie dieser ist ja, dass zwar die Kritik jetzt dergestalt aussieht, dass man kritisiert, erst durch unbeabsichtigt, unvermerkt, was jetzt irgendwo dann nahelegt oder glauben macht, wenn nur diese Aufmerksamkeit eben nicht, wenn dieses unbeabsichtigte und unvermerkte wegfällt, dass es dann eben möglich wäre, eine Beschreibung oder eine reine Beschreibung und das ist eben der Optimismus oder der Idealismus der Illusion, die nicht jeder realen Entsprechung in Anführungsstrichen entspricht. Gut, es geht weiter, Ähnlichkeit liegt im Begriffsbereich, nicht im Wahrnehmungsbereich. Das ist jetzt auch wieder missverständlich, denn im Begriffsbereich liegt diese Ähnlichkeit nur insofern, als der Begriffsbereich zugleich auch der Urteilsbereich oder als Urteilsbereich betrachtet wird. Also Ähnlichkeit ist ein Urteil, eine logische Bestimmung, eine Zutat, etwas, das aus dem Verstand kommt und nicht jetzt als Eigenschaften irgendwelchen Gegenständen innewohnt, wie das im natürlichen Bewusstsein geglaubt wird. Egal was das ist, ob jetzt Ähnlichkeit, Gleichheit, Identität, das alles wird nicht wahrgenommen, sondern das wird geurteilt von vielen Menschen aufgrund einer falschen Erziehung unbewusst, durch Übernahme von irgendwelchen Gewohnheiten, als schon in jungen Jahren Gelerntes in den Erfahrungsbereich übergegangen ist, Irrtümliches, das durch eine erneute Bewusstmachung dann wieder zurück findet in den Bereich der Vorstellungen dessen, was subjektiv ist, das heißt in den Bereich eines Subjekts, eines Bewusstseins gehört und dementsprechend auch beeinflussbar ist, nicht im Vorhinein festgelegt, dass es nur hier also denknotwendig die Dinge so sein, so sind, wie sie sind und nicht anders von sich aus. Es ist der grundlegende Irrtum, der zu einer völligen, zu einer, wenn man das wirklich durchdekliniert in den verschiedensten Bereichen, in denen dieses Prinzip Platz gegriffen hat, in den verschiedensten Wissenschaften, kann man das durchaus als eine kopernikanische Wende betrachten, mit in einem Atemzug mit den Bestrebungen des Relativismus ausgehend von Einsteins Relativitätstheorie, aber auch nicht diese naive Relativität gemeint, sondern eine durchgehende Bezogenheit, eine Notwendigkeit der Bezogenheit und auch ein in erster Linie Aufmerksamkeit verwenden auf die Bezogenheiten im Denken und deren Begründung, die dann nicht mehr logisch vonstatten geht, sondern letztlich auf einem ethischen Gebiet stattfindet. Heißt jetzt nicht, ich wiederhole mich, dass deswegen die Logik keine Rolle mehr spielt, es geht nur darum, dass die Ausgangspunkte, die Prämissen, die Axiome nicht von einer Logik bestimmt oder festgestellt werden können und damit auch nicht allgemeingültig und objektiv eine Rolle spielen. Das ist eigentlich in weiten Teilen auch Konsens in der sogenannten Scientific Community, Community, aber hier fehlt es dann in der Breite immer noch an den Leuten, die diese Grundgedanken auch konsequent weiterführen und sich nicht vor irgendwelchen Hindernissen welcher Art auch immer da scheuen, um am Ende dann wieder im Objektivismus zu landen, weil die Objektivitätslosigkeit einfach noch nicht vermittelbar ist. Der einfache Mann, die einfache Frau, die brauchen einfach ihre Tatsachen und gäbe es keine Tatsachen, man müsste sie erfinden. Das ist der Stand der Dinge am ersten Fünftel des 21. Jahrhunderts. Selbe Stand der Dinge wie 2000 Jahre zuvor. Und deshalb werde ich einen nächsten Beitrag zu dieser Veranstaltung zur Lichtung des Nebels in finsterer Zeit zur Gelegenheit nehmen, um weiter anzureden gegen die Borniertheit und Ignoranz, gegen die berühmte Dummheit, gegen die kein Kraut gewachsen ist. Es kommt Fritz der Mautner zu Wort, der feststellt in seinem Wörterbuch der Philosophie, soweit ich mich erinnere, Campanella weiß schon, jetzt ist meine Zeit abgelaufen, aber hier braucht es keine große Erklärung, sondern hier haben wir es mit einer Bestätigung dessen zu tun, was ich schon seit 30 Folgen versuche mitzuteilen. Gemach, Gemach. Campanella weiß schon, dass mit der Wahrnehmung ein Urteilsakt verbunden ist. Descartes hat das erkenntnistheoretische Problem begriffen, dass Wahrnehmung Verstandes Arbeit ist. Und allein jetzt diesen Standpunkt der Erkenntnistheorie einmal für sich durchzudeklinieren. Leute, macht die Augen auf, schaut in die Gegend und stellt fest, wo ihr überall urteilt und eigentlich glaubt, etwas zu sehen. Und das war jetzt die Folge 31 der berühmt-berüchtigten philosophischen Trilogie auf dem Gleichsatzkanal Abstraktionen Nominalismus Sprachkritik. Ich verabschiede mich peace und out mit und mit Untertitelung des ZDF, 2020